Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute seit langem endlich bei Kevin, Firma Leistungswerk. Wollten schon ewig mal vorbeikommen, waren auch schon ewig in der Nähe, öfter mal, kam immer wieder was dazwischen. Aber egal, jetzt sind wir hier. Bevor es losgeht, kriegt ihr erstmal einen kleinen Porn. Ja, schönen Halle hast du auf jeden Fall. Dankeschön. Freut mich, dass es dir gefällt. Jetzt muss man als allererstes sagen, dieser Typ lässt übrigens nach wie vor seine Motoren bei Björn bauen. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Sehr gut. Jetzt will ich nochmal sagen, Björn und ich sind natürlich nicht im Streit. Wir haben uns einfach nur, wie sagt man, auseinandergelebt. Ich sage auch bis heute, dass er die besten Motoren wird. Weiß ich nicht, vielleicht wirst du das noch bewegen. Also ich habe auch durchweg gute Erfahrungen mit Björn gemacht. Also wenn Björn das sieht, ich glaube nach wie vor an deine Motoren. Naja, man muss halt wirklich so sagen, wir sind nie kaputt gegangen, haben immer funktioniert. Wir haben uns halt nur wie so ein altes Ehepaar auseinandergelebt. So sage ich mal vorsichtig dazu. Aber die Motoren waren immer geil. Okay, so jetzt sind wir zum Wesentlichen. Für mein Leistungswerk. Was geht hier? Alles was Leistung hat. Genau. Also der Name ist Bubam. Wir beschäftigen uns mit allem was Leistung hat und was noch mehr Leistung vertragen kann. Haben auch ein paar eigene Autos und Projekte und natürlich auch Kundenfahrzeuge, die immer ein bisschen ein paar Manieren beibringen und ein bisschen auf die Sprünge helfen in Sachen Leistung. Genau. Also erstmal Halle gefällt mir mega. Ist auch so mit der, ich sage jetzt mal vorsichtig, Holzdecke ist irgendwie so wohnlich. Richtig, richtig. Ist irgendwie gemütlich. Wie lange bist du schon geredet? Also die Halle habe ich jetzt zweieinhalb Jahre. Und ja, ist noch ein bisschen eine Baustelle. Also hier und da ist noch nicht fertig. Aber ja, Halle ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Haben wir hier im Prinzip neu gebaut. Und ja, wechselt immer stetig. Immer kommt das mal dazu, das noch dazu. Mach hier noch eine Hebebühne hin und so weiter. Jetzt haben wir einen Leistungsgutstand. Das bauen wir jetzt gerade ein. Haben wir uns gekauft. Deinojet. Das ist für die Abstimmung halt. Und das wechselt alles immer stetig da. Das heißt, hier ist schon so, Kunde bringt Auto und kriegt eigentlich alles. Also egal, ob es nur Ladenluftkühler, Software, Radikalumbau, einmal alle. Richtig. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir so große Umbauten und sowas immer schwierig, sage ich mal. Also wir sind 1,5 Leute in dem Sinne. Ist immer schwierig halt zu stemmen, sage ich mal. Wenn jetzt wirklich hier eine komplette Serie, nehmen wir jetzt mal ein R32 als Beispiel ankommt und wir den Turbo-Umbau haben, weißt du ja selber, dass ist so viel Arbeit, so viele Stunden. Und das ist natürlich für eine Person oder anderthalb Personen immer schwer stemmbar. Also meistens ist es so, Paletten kommen die Motoren an, wir bauen die Motoren komplett und dann bieten wir den Kunden halt den entsprechenden Support. Er baut den Motor dann ein, wir sagen hier das und das musst du nehmen, Ladluftkühler mäßig, Sprit mäßig und so weiter und stimmen das Auto dann auch final ab. Okay, aber dass wir wirklich jetzt Autos herkommen, den Serienzustand und wir die komplett umbauen, so ist es nun auch nicht. So wie dein Vierer Golf quasi, mit dem Serienzustand an und verlässt dann das Gebäude hier mit diesem gläzenten Gebläse. Das müssen wir am Anfang einfach einmal zeigen. Als Vergleich. Guck, das würde so einfach so durchgehen. Okay, also passend zum Namen, alles was Leistung hat, geht hier ab. Ja, richtig. Also das ist ja das Auto, wo du eigentlich aktuell am meisten mit unterwegs bist, Golfkühler. Genau, richtig. So, wir blenden als allererstes mal den letzten Lauf vom TTT ein. Haltet euch fest, Golf 4, 336 Kammer. Genau. Müsste auch damit eigentlich der schnellste Golf 4 sein, ne? Ist der schnellste Golf 4 weltweit, ja. Also meines Wissens nach. Zweit schnellste Volkswagen, also VW der Welt auf der halben Meile. Ja, ja, ja. Da gibt es dann nur noch den bekloppten Wimmi davor. Ja, den Verrückten. 336. Ja, richtig. In der Bude. War wahrscheinlich auch gar nicht so geplant, ne? Ne, überhaupt nicht. Also eigentlich war der Grundgedanke nochmal der, dass wir uns ein Auto bauen wollten mit 1000 PS und einfach mit dem Ziel mal 300 zu fahren, auf 800 Meter. Und ja, dann ist das dummerweise schon 305 gefahren beim ersten Rennen, wo es trocken war. Und dann ging es halt immer weiter, ne? Von Jahr zu Jahr. Weil da waren irgendwann 315 das Ziel, dann waren 320 das Ziel, dann 330. Und so schaukelt sich das halt immer weiter hoch, ne? Kennst du ja selber. Das ist... Ich erinnere mich noch dran, als das Auto gerade fertig wurde. Ich glaube das allererste Mal gefahren bist du auf der Late Night, ne? Ja, richtig. Und da seid ihr auch noch ein bisschen Rundstrecke mitgefahren. Genau, richtig. Da haben wir noch ein bisschen abstimmen. Wir haben ein paar Lokfahrten gemacht und so weiter. Und da hat es das natürlich angeboten, klar. Weil es ist immer schwierig mit dem Auto auf die Straße zu fahren. Und da hat es natürlich die Rundstrecke angeboten. Und da haben wir ein bisschen Datalogging und so noch gemacht. Und gerade dieses unten raus und so weiter im Teilhastbereich. Und da noch ein bisschen abgestimmt, genau. Und war damals auch schon EMU drin? Ja, seit es das Auto gibt im Prinzip. Also seitdem wir das Auto umgebaut haben, haben wir dann ein EMU-Black drin. Genau. Auch mit PMU, also Botnet-Steuergerät für die Pumpen und so weiter, dass man das alles darüber steuern kann. Ja. Volles Programm. Volles Programm, genau. Die EMU-Abstimmarbeiten bietest du auch ab. Ja, richtig. Das machen wir zusammen mit den Speedmakers Druckland. Und ja. Aber machen wir natürlich auch für Kunden. Kein Thema. Mich würde mal interessieren, hatten wir schon ganz oft, man müsste es einfach mal irgendwie messen, wie viel Staudruck rauskommt, ob es messbar ist, dass die Vorderachse schon runtergedrückt wird. Also ich habe mal gehört, dass angeblich ungefähr 1000 PS, wenn der Abgasstrahl gegen die Atmosphäre drückt, ungefähr 150 Kilogramm anderes Druck auf die Vorderachse kommt. Ob da natürlich was dran ist, ich weiß es nicht. Aber es ist ja schon eine unwahrscheinliche Abgasmenge, die du im Prinzip da rausbläst. Und ja, Luftteilchen haben natürlich auch einen Widerstand, also das könnte schon sein. Die Jungs killen mich auf jeden Fall, wenn ich bei Oma Golf jetzt den Ausflug nach Hause raus mache. Bitte nicht. Ey, 150 Kilo, das sind Welpen. Da muss man richtig verarbeiten. Also für die 150 Kilo. Ja, das stimmt schon. Aber ich muss ehrlich sagen, mir persönlich war das ein riesen Donner im Auge. Also ich wollte nie den Ausflug nach oben raus haben, weil ich immer mit diesen Gedanken rangegangen bin, es soll aussehen wie ein Auto. Und ein Ausflug nach oben raus, hört sich A, finde ich jetzt nicht so gut an. Und B, hat es halt nichts mehr mit einem normalen Auto zu tun. Aber aufgrund dessen, dass wir halt auch mit sehr stark mit Staudruck zu kämpfen hatten einfach und dass die Leistung nicht mehr weiter angestiegen ist, mussten wir uns jetzt ja im Prinzip für die Variante entscheiden. Vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich eine Sache, die man jederzeit wieder zurückrüsten kann. Das ist richtig. Einfach eine neue Haube vom Schrott hier und fertig. Aber trotzdem, wobei das hier ist Carbon. Das ist Carbon, ja. Aber trotzdem bin ich 1 zu 1 bei, ist bei mir genauso. Ich finde immer, das Ausflug oben raus ist irgendwie so der letzte Schritt zum Reihenrennauto. Richtig, genau. So ist es. Und ja, aber hier war es wie gesagt nicht anders machbar. Ich kann dir mal die Abgasanlage zeigen, die vorher drunter war, die Titanabgasanlage, und mal den Endschalter verzeigen, wie der, wie das da relativ gewaltet hat. Hier siehst du. Ui. Erstmal das Gewicht. Da geht mein Herz her auf. Habt ihr ja auch selber gebaut? Den hat Vanefactory gebaut im Ausflug, ja. Die gute Titan Bohr. Genau, richtig. Das ist zu 4,5, ne? 4,5 Zoll, ja. Boah. Einfach komplett hier weggedrückt. Und so ein Titanrohr ist ja schon ganz schön hart, ne? Wenn du drauf umkloppt, musst du da ganz schön drauf umkloppen, um das so hinzukriegen. Und dann wurde uns auch erst mal bewusst, was da eigentlich los war, oder was da eigentlich für Kräfte gewirkt haben in der Ausfluganlage. Ja. Aber Gewicht ist gut, ne? Geil. Zufälligerweise haben wir auch Wagen dabei, ne? Ist der, ist der, aber hier ist schon noch richtig voll auf. Das ist richtig vollwertiger Schalter. Das Auto wird schon leiser zum Ausflug auf. Ja, definitiv. Das ist zum Beispiel so. Ja, okay, das ist natürlich gar nichts, ne? Ja. Das kennt man sonst immer nur so von so einem Mopedauspuff. Mhm. Der Wandstärke ist 0,8 Millimeter. Also auch sehr, sehr dünn. Und ja. Boah, Alter. Ja. Ist halt gar nichts, ne? Jemand, der es kann und das in so dünn baut, ist es halt noch mal leichter als Alu. Und vor allem auch schön. Ja, schön goldig. Mhm. Ja, aber krass, dass da so ein, dass da so ein Gegendruck ist. Weil von der Temperatur würde man ja sagen, dass da gar nicht so heiß ist. Aber es ist halt einfach der Druck, ne? Das ist das Problem, ja. Weil das Problem ist auch, dass der Ausflug über die Achse geht und dann hinten im Prinzip nochmal ein S macht. Und durch dieses S wird es natürlich nochmal ausgebremst, ne? Ja, das merkst du dann natürlich. Krass. Ja. Vor allem dann, dass es hier ganz am Ende nochmal so auseinander gedrückt wird. Ja. Da weiß man, was da so eher am vorderen Bereich los ist. Richtig, richtig. Ja. Da war mit Sicherheit noch wesentlich mehr Kräfte am Walden. Ja. Aber sonst so, Golf 4 war mal ein Video oder was für eine Basis war das? Das kann man eigentlich gar nicht verraten. War jetzt 2.30? Ja, aber wirklich. Wir haben ja schon etliche Jahre her. Seit etliche Jahren. Wir haben das Auto vor 5 Jahren gebaut. Und ja, war wirklich ein Originaler. Habe ich gerade vorhin ein Gespräch darüber geführt, weil es ja mittlerweile so ist, dass man sich in Anführungsstrichen für schämt, damals einen 4er R32 zu nehmen. Ja. Aber das waren ja doch einfach Zeiten, wo man halt noch 4er R32 einfach bekommen hat. Ja. Und man sich für das Gefühl her gesagt hat, nee, ich habe jetzt gerade die Kohle, ich nehme lieber als Basis einen 4er R32. Genau, genau. Habe gleich den originalen Motor da drin und so weiter. Genau, genau. Und so war das damals auch. Die Autos waren da lange nicht so viel wert, wie sie heute wert sind und wurden auch nicht so geschätzt, sagen wir mal. Und dann war natürlich der Gedanke nahe liegen, einen 4er R32 zu nehmen mit relativ 4 Kilometern und den dann halt umzubauen. Ja. Ja, zur Not halt flex den Käfig wieder raus und dann kannst du wieder ein Original bauen. Genau. Weil er ja zugeschweißt. Und wieder Blechdach rein und weiter geht's. Genau. Okay, also immerhin der originale Motor drin. Ja. R32. Geil finde ich beim R32, wenn sie dann irgendwann so in die Leistung gehen, klingen die alle gleichfindig. So, ne? Also generell alle Autos, egal ob es von Bendis oder von Bimi oder deiner, die klingen alle so… Die haben das gleiche Klangbild, ja. So ein bisschen heller, so auf Drehzahl mehr, so ein bisschen… Genau. Das kommt aber auch durch dieses R30. Also wir litern ja ab auf 3 Liter Hubraum. Also es ist kein 3.2er Motor mehr und dadurch kommt auch dieser grelle Klang und dieses, ja, wie so ein Motorrad. So ähnlich, ne? Das ist so, ja. Was muss man an so… Erstmal erste Frage, du sagtest 3,2 Bar, das heißt mit diesem Riesenlader reden wir dann von wie viel PS? 1350. Also wir haben bei 1267 aufgehört bei 2,4 Bar und jetzt mittlerweile sind wir bei 2,7 Bar und vor allem von den Geschwindigkeiten her, wenn man das mal ausrechnet, müssten es so 1350 sein, ja. Krass. Also aus diesem… Aus diesem Motor, ne? Ja, ja. Und das krasse ist, also das ist immer noch der erste Motor. Also wir haben wirklich damals, wo wir das Auto gebaut haben, haben wir den Motor eingebaut. Wir zerlegen ihn natürlich jedes Jahr, das ist klar, so ehrlich muss man sein. Messen alles nach, Lagerschalen machen wir immer neu und so weiter, das Übliche. Aber es ist wirklich noch genau der Block, genau der Kopf, alles. Also es ist nie irgendwie dazu gekommen, dass da wirklich mal ein Pläu rausgeguckt hat oder sonst irgendwas. Bei sowas ja bei Björn und mir auch, wir sind wirklich, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre lang immer den gleichen Block gefahren, wirklich immer nur wieder ausgebaut, eingebaut, ausgebaut, eingebaut, hat immer funktioniert. Aber ich finde, so bringt es sich halt auch weiter, weil wenn du so einen Motor zerlegst, ja, also es gibt auch viele Leute, die bauen das einfach immer neu, also einfach nach jedem Jahr einfach einen neuen Motor, verkaufen den alten oder wie auch immer, gell, da weißt du ja nie, wo die, sag ich mal, die Nadelöhrer sind, gell. Und so, wenn du den Motor zerlegst, alles genau misst, weißt du genau, okay, da hast du angefangen zu arbeiten, da hast du verschleißen, dann kannst du auch dementsprechend entgegenwürgen, weil du musst dir immer damit rechnen, wie das überall ist, du legst jedes Jahr mehr Leistung drauf und irgendwann, gell, werden halt diese Nadelöhrer, die vielleicht bei 1.000 PS noch nicht unbedingt die Rolle gespielt haben, zu fatalen Federquellen, gell. Irgendwann hast du halt zwei von den Dingern da drin, wo du jetzt schon sagst, einer ist schon zu viel. Ja, es ist einfach krass, ne, wenn du überlegst, was sich da die letzten Jahre getan hat, auch wie viele 1.000 PS Autos es mittlerweile gibt, ne. Ich glaube, ein Riesenschritt war halt dieser Schritt mit dem Freipunkt über den Steuergeräten. Ja, richtig. So, ne. Früher bei den Seriensteuergeräten war es halt schon so, dass du schon wirklich viel Erfahrung und Know-how brauchst du, um in diese Leistungsregion überhaupt fahrbar irgendwo zu kommen. Genau, richtig. Und hier ist es jetzt einfach andersherum. Die Leute haben jetzt einfach das Know-how und die Leistung zu kommen, aber das Auto fährt nicht mehr so. Das ist jetzt ja meistens bei den Steuergeräten. Ja, ist schon ein eigentlich krasser Motor, wenn man sich das überlegt, ne. Finde ich immer wieder. Relativ einfach, ne. Also vom Aufbau her ist wirklich ein ganz simpler Motor, der R32. Also mit dem Vergleich zu heutigen Stand der Technik bei den neuen Motoren ist das ein ganz, ganz einfacher Motor, gell. Ja, aber er kann halt viel Leistung. Drehzahl? 9000. 9000. Ja. Das heißt mechanische Nockenwellen und so schon drin alles? Ne, gar nichts. Noch Hydros? Ja. Das geht sogar bis 9,4 ohne Probleme. Da sind wir beim Punkt Dankbarkeit von dem Motor, ne. Ja. Schon krass. Also klar, wenn die Fehler alles richtig hat, ne. Und auch nochmal runtergelegt und so weiter, logisch. Ansonsten würde es nicht gehen, aber ja. Und Kopf zum Beispiel bearbeitet oder auch Serie? Ja, ist bearbeitet. Muss man schon, muss man schon machen. Ganz ehrlich, ich habe es nie als Referenz gemessen. Wir sind seit der ersten Minute, sag ich mal, bearbeitet und Kopf gefahren. Aber auch nur Kanäle, also nicht Brennräume. Und ja, aber ich denke mal schon, also bei den Luftmassen, die da durchströmen, denke ich mal, macht sich das schon bemerkbar. Ich schätze mal in Zahlen, 70 PS vielleicht, so bei kleinem Druck. Und das heißt, so ein Motor, um den Zuschauern mal so eine Referenz zu geben. Was denkst du mit 1.300 PS, wie viele Läufe kann der so? Bist du sagen, würdest jetzt gucken wir lieber mal rein? Also wir machen dann jede Saison auf, sag ich mal. Da hast du vielleicht an Läufen, was ist das denn? 15, 20, 25 Läufen? Schon, aber mindestens. Wenn wir noch ein bisschen Abstimmen dazu nehmen. Ja, wir abstimmen noch. Dieses Jahr haben wir nochmal neu ab, genau. Fährst du hier mal Viertelmeile nochmal ein paar Mal und dann nochmal. Richtig, genau. Dieses Jahr haben wir abgestimmt, sag ich mal. Das waren auch auf dem Prüfstand 100 Kilometer oder 150 Kilometer. Und dann musst du halt immer sehen. Ich meine, klar, 150 Kilometer, das hört sich jetzt nicht viel an. Aber von diesen 150 Kilometern, wie hoch ist der Vollgasanteil? Ja. Das musst du halt auch immer sehen. Oder wenn das jetzt hier, ja, nur hier 25 Mal gefahren. Ja, aber 25 Mal Vollgas. Ja. Bis zum. Die halbe Meile ist ja eigentlich schon, was Materialmord angeht, die Königsdisziplin so ungefähr. Ja, zumindest für den Motor. So, weil, wo alle nach 400 Metern normalerweise vom Gast gehen, hältst du halt nochmal 3-4 Sekunden drauf. Richtig, richtig. Und da wirken halt auch unwahrscheinliche Kräfte dann oben raus, weißt du. Weil viele haben ja auch erstmal, wo diese halbe Meile Veranstaltungen in Deutschland so aufkamen. Ja, ist kein Problem. Ich fahre auf der Viertel mal 280, fahre ich da locker 340. Ja. Aber dann hat man erstmal gemerkt, okay, dann war es dann doch nicht so. Weil ja, ab diesen 400 Metern, wie du schon sagtest, ne, das ist das richtig belastend. Und du schiebst dann unwahrscheinliche Luftsäule vor dir her. Und das ist halt echt nicht zu vernachlässigen, gell? Erstmal. Das ist alles Last. Und es geht erstmal los. Du fährst erstmal schon mal gar keine 280 mehr da, sondern nur 260 oder 265. Ja. Weil schlechtere Strecke, andere Reifen drauf. Genau, richtig. Weil mit volles Legs fährt dann auch keiner irgendwie 300. Genau, genau. Und so kommt dann eins zum anderen, ne? Genau, richtig. Aber wahrscheinlich locken wir ihn schon richtig krass. Ja, ja, ja. Alles was geht und so. Gibt es da so Zeugs zu kaufen oder habt ihr sowas auch alles bauen lassen irgendwann mal irgendwie bei Strecke und so weiter? Das gibt es mittlerweile auch zu kaufen. Gibt es aber auch. Also das ist jetzt nicht unbedingt Voodoo-Zauberei, sag ich mal. Gell? Zwar nicht überall, aber es gibt es definitiv zu kaufen. Mhm. Also ich bin auch immer wieder begeistert von den Sechszylindern. Manche Leute verstehen das mit diesen Sechszylindern einfach nicht. Aber andererseits braucht man sich auch nichts vormachen. Steckst du den Lader auf den Vierzylinder, passiert erstmal gar nichts mehr. Ja, genau. Richtig. Dann musst du ja entweder 12.000 drehen. Ja. Oder… Das ist halt auch die Haltbarkeit, ne? Das darfst du auch. Das ist das wirklich, also wie wahnsinnig haltbar sowas ist. Ich guckte mal die Subcarscore sein, ne? Was ist das dann für eine Turbine? Das ist glaube ich irgendwie so 90mm oder so, ne? 88, glaub ich, ja. Ja, also das ist der GTX50. Ja. GTX50 sind wir schon am Kommen zum Laden. Ja, das ist echt aber… Und ein Rayscale oder zwei? Eins. Eins. Also wir sind die ganzen Jahre zwei gefahren, wegen Twinscroll. Aber diese großen Lader gibt es ja noch mit T6 Launch und Single Scroll. Also deswegen nur ein Wayscale. Wobei das auch saftiges Rohr zum Wayscale ist, ne? Ja. 55mm. Wenn du hier so reinfügst, muss man erstmal gucken, ob das hier eher so gerade da unten Downpipe oder Auspuff ist oder wie auch immer, ist aber eigentlich das Rohr. Fährt man hier schon unten raus auch weniger Druck? Also hast du das schon gangmäßig oder einfach jeden Gang voll? Kann man probiert, sag ich mal, aber hat nichts gebracht. Also jeden Gang voll. Weil du hast ja in den unteren Regen sowieso nicht die Abgasmenge, sag ich mal, zumindest den ersten und zweiten nicht, um den Lader richtig, dass der richtig voll im Saft steht. Ja, ja. Das heißt, den könnt ihr einfach laufen lassen und der macht da einfach erste, zweite gar nicht in Druck. Genau, richtig. Genau. Wobei jetzt beim TTT hatten wir wirklich starke Traktionsprobleme bei der letzten Veranstaltung. Ich denke auch, es liegt an den Temperaturen. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, fährt das eigentlich relativ gut los. Also musst du nicht zurücknehmen die Leistung. So einen kranken Viertelmeile-Stephubber hast du noch gar nicht rausgemacht, ne? Nee. Irgendwie so mit kleineren Felgen und fetten Zickstaufen, oder? Nee. Also ich bin, damals wollte ich grundsätzlich kein Viertelmeile-Auto bauen, weil A, Viertelmeile ist der Tropf schon ziemlich gelutscht, sag ich mal. Weil, Problem ist halt einfach, wenn du wirklich richtig schnell sein willst, geh doch ein Auto bauen. Du musst dir ein eigenes Auto bauen. Und ja, und dann hat auch die Materialschlacht, ne? Also das ist natürlich, klar, hier ist, halbe Meile ist Belastung für Motor, aber Viertelmeile ist halt der komplette Getriebe, Antriebswellen und so weiter, geh. Und da hab ich halt gedacht, gut, alles klar, da gibt's sowieso nicht mehr viel zu holen. Und dann bauen wir die halbe Meile-Auto. Aber das heißt, das ist noch der ursprüngliche Block aus dem Auto? Ja. Richtig. Matching-Numbers hier. VR mit Serienmotor zu verkaufen, könnt ihr mal jetzt ins Rad reinschreiben, ne? Wenig Vollgas. Wie ist das bei den R32 so mit Wassertemperatur? Eigentlich alles relativ entspannt. Also ich fahr mit 75 Grad Wasser los und komm mit 82 Grad an. Cool. Also meinst du auch so, selbst wenn du den auf der Straße fahren würdest, Stau und so? Ja. Aber Straße fährst du? Ja. Straße fahr ich gar nicht. Der Gedanke war da, tatsächlich. Also ich wollte das Auto wirklich auf der Straße bewegen. Und hab deswegen auch alles so gebaut, dass es wirklich aussieht wie ein Auto, dass die Beleuchtungsanlage funktioniert und so weiter, alles. Aber ja, damit den Dockgetriebe und so weiter, Zwischengas geben, ne? Also es ist ja, ja, muss man wollen, gell? Muss man Bock drauf haben. Ja, muss man Bock drauf haben. Ja, beim Roma Golf ist es zum Beispiel gar kein Problem. Ja. Das wirklich fährt sich fast wie ein Symbolgetriebe. Bei Limo war einmal Vollkatastrophe. Okay. Das muss irgendwie damit zusammenhängen, glaube ich, wie schwer die Eingangswelle von dem Getriebe ist. Das kann sein, ja. Weil die musst du ja beim Runterschalten immer hochbeschleunigen. Genau. Unsynchronisiert. Da hast du ja die Massenträgheit dann. So, ne? Alter, und bei Limo hat das immer geknallt beim Runterschalten. Ja. Das beste Beispiel war immer Autobahnabfahrt, wo du dann beim Rausrollen so den zweiten rein machst. Du darfst das ganze Auto fährt runter. Und das, obwohl schon Kupplung getreten. Ein Zwischengas und so weiter. Ja, genau. Und so ist es hier halt auch. Dann hast du noch den Shifter. Dann kannst du halt auch keine Gänge überspringen und nichts und so. Ja, ja. Und dann ist natürlich, ja, genau. Wenn du an der Ampel stehst, hast du den vierten Gang noch drin. Das ist schlecht. Kannst du ja nicht zurückschalten im Stand. Ah, das geht im Bestand, kommst du nicht durch die Gänge gar nicht durch. Stimmt, bei Doc, wenn Klotz auf Klotz steht, kommst du ja gar nicht durch, ne? Ja, dass die Gänge nicht rein. Und deswegen haben wir uns dann von den Gedanken, damit auf der Straße zu fahren, relativ schnell verabschiedet. Das ist dann doch ein reines halbe Meile-Rennauto geworden. Und es fahren ja als H fahren, ehrlich gesagt, relativ wenig rum, ne? Ja, gut. H ist halt immer die Gefahr, sag ich mal, dass du die Gasel nicht triffst, ne? Ja, da musst du schauen. Hast du ja jede Menge Übung, gell? Hab ich wirklich noch nie, noch nie. Also ich würde es immer wieder als H bauen. Allerdings, was man dazu sagen muss, du musst wirklich deine Schaltwege länger als Original machen. Das ist wirklich so, das erste, dritte, fünfte, ne? Also ich hatte wirklich mal so durch. Richtig. Also wo ich noch diesen, ich hatte erst einen 1.8 Turbo, Golf 4, und da sind wir auch halbe Meile mitgefahren. Und da hatte ich einen CAA-Chef da drinnen und Doc. So. Also war Katastrophe, das hat gar nicht funktioniert. Weil du hast ganz kurze Wege, so und dann das Doc, der knallt rein in der Gang. Der ist sofort drin. Egal, ob der fünfte ist oder der dritte ist bei 9000 Drehungen, gell? Ich hab bei beiden Autos tatsächlich auf das Original-Schaltgestänge, dann erst diesen langen Schaltknopf oben drauf geschraubt. Ja. Und dann hast du so die richtige Länge, das ist so richtig. Das ist halt auch, du brauchst gar nicht mehr hingucken, weil du merkst sofort, okay, dritte, erste, fünfte, ne? Richtig. Und bei den Shiftern ist es ja meistens so, du musst schon so, okay, das ist jetzt der dritte. Und dann ist schon. Und dann ist schon so spät. Richtig. Was denkst du, wiegt das Ding ungefähr? Oh, ich weiß es gar nicht so genau. Ich schätze mal aus dem Bauch raus so knapp 1300. Also wir haben wirklich viel gemacht fürs Gewicht, also für uns viel gemacht. Wir haben die Kotflügel aus Carbon, das Dach ist aus Carbon, die Motorhaube, Hecklapper ist GFK, Scheiben Makrolon. Dann haben wir natürlich innen drin alles leer, Auto komplett gesandstrahlt, von unten auch, dass der ganze Unterbodenschutz alles weg ist. Schweller ein bisschen durchgebohrt, hohlgebohrt. Echt? Ja. Muss mal reingucken, siehste. Ah. Ja, so Tür, Tür ist auch Lightweight-Level-Expert hier. Ja. Das könnte so ein Instagram-Bild sein. Da sind wir in den ersten zwei Jahren tatsächlich noch GFK-Türen gefahren. Ja, aber das ist halt... Einfach zu gefährlich, ne? Also die biegen sich ja dann auf, dann haben wir noch verstärkt und gemacht und jetzt fahren wir seit dem letzten Jahr. Und du kannst halt auch nie vernünftig zuziehen, ich hab das halt bei meiner Arbeit auch am eigentlichen Sinne. Ja, ich hatte oben so Haken auch drinnen und sowas, weißt du, dass du die oben nochmal reinziehst, aber unabgeklebt wie die Weltmeister immer aber. Da haben wir uns jetzt einen ganz einfachen Trick gebaut, weil beim Arbeit war immer das Problem, dass die Tür oben selbst auch... Ich fahr zuerst im Motorschau, gucke in den Rückspiegel und seh die Türen auf dem Anhänger schlaufen. Ach du meine Güte. So. Und da ich ja immer nur hunderten im Anhänger fahr, eine hunderten Zulassung, wusste ich schon, okay, das wird später Katastrophe. Das wird voll Katastrophe. Und dann hatten wir einfach nur die Idee, wir haben uns einfach nur ein so universelles Klettband rangenietet und das ziehe ich als Schlaufe nur einmal in den Käfig und lege quasi Klettband auf Klettband wieder. Ja. Hält ja. Wir hatten damals hier, da gibt es so diese Gummihaken für die Motorhaube, die haben wir immer zig oben festgediedelt mit dem Halter und dann haben wir sie in die Zelle eingehalten. So mit Transportboxen und sowas. Genau, richtig. Aber es war halt mir trotzdem wichtig, also wenn die hier immer, dass es volle Armatorenbote drin ist, dann haben wir das Armatorenbote ausgeschnitten, wo die Zelle ist und so weiter. Sogar Getränkehalter ist da drin. Und ja, dass es halt wirklich aussieht wie ein Auto halt auch von innen, dass du nicht reinguckst und nur Kabel siehst und ein Dashboard. Große ADU, sogar noch mit Schutzfolie. Ja. Können wir von unten einmal? Na klar, gerne. Du bist echt fasziniert von dieser Halle, ne? Ja. Schöne Konsulhebebühnen, gefallen mir auch. Gab's natürlich auch, ihr auch, lecker was zu essen. Der eine oder andere hat's vielleicht bei Instagram gesehen. Hast du dich schon mal geärgert, dass der Hallenboden so hell ist? Ja, hab ich nicht. Echt? Ja. Also ich sag mal so, du hast natürlich da ein sehr gutes Licht dann. Also das Licht reflektiert sich ja am hellen Hallenboden, es ist immer schön hell hier drin. Aber das feldert auch alles auf. Also wenn da irgendwas daneben geht oder so, dann siehst du halt alles auf so einem hellen Boden. Ja und man sieht halt jeden Öltropfen immer so, ne? Ja genau, richtig. Ja, das ist übrigens der Ausbau hier. Das, was noch übrig ist, ja. Krümmer und so, Eigenbau? Ja. Ich hab mir hier noch ein paar Stunden reingegangen, ne? Ja. Der war sehr aufwendig. Ja. Aber ich finde schon mal auf jeden Fall sympathisch, dass das auch alles schön gepulbert ist. Mhm. Ja, das haben wir damals alles gemacht. Also Achsenkollekt, Sandstrahl gepulvert, WU-Buchsen reingemacht. Ja. Würdest du dieses Auto verkaufen? Gegebenenfalls ja. Aber nur wenn wirklich einer mit Kohle kommt und es so viel ist, dass du sagst, dafür muss ich jetzt aber geben, weil ich irgendwas anderes baue. Ja, genau richtig. Also ja, man hängt schon sehr dran, ne? Es sind etliche Stunden reingegangen und halt auch so, ne? Viel Erlebnis mit dem Auto. Viel gelernt, viel gemacht. Ja, ist so. Und mit dem Auto wurde es halt auch dann richtig schnell, ne? Und ich meine, dieses Erlebnis, das erste Mal mit 1000 PS und so, also das hat mich total, das war auf der Lettenheit, wie du schon gesagt hast. Ja, das war der absolute Wahnsinn, ne? Wenn man da wirklich das Ding zieht durch hier und, ne? Klar. Aber ich finde, dein Auto macht nämlich auch definitiv aus, dass es halt auch ein besonderes Auto ist, weil er halt noch so schön gebaut ist, ne? Weil wenn man einfach unter die meisten Autos runterguckt, sehen die halt nicht so aus. Da braucht man sich nichts vormachen, ne? Ja, ja. Ja, das war mir auch wichtig. Da sag ich immer, das ist ja mehr eine Zeitfrage als eine Geldfrage, weil wenn einer so ein Auto baut, die 200, 300 Euro, um alles zu pulvern und ein paar Schrauben neu zu kaufen, sind dann Männer auch noch über, ne? Nur es gibt halt Leute, die einfach gar keinen Wert darauf legen. Aber ich finde es halt einfach geil, wenn du halt rüberwischen kannst und halt keine dreckigen Finger hast, ne? Ja. Ne, das war uns wirklich auch wichtig. Also das Auto, dass das wirklich optisch gut dasteht, also diese Kombination Optik und Leistung hat, ne? Das war mir ja, ist mir eigentlich bei jedem Auto wichtig, dass das, also ich könnte jetzt, wenn jetzt hier irgendwas verrostet wäre oder sowas bringen, das wäre ein Dorn, das ist ein Augebung, ne? Also das würde nicht gehen. Achsen, alles PU und hier ist er starr, ne? Ja. Richtig. Ja, dieser Schifter passt da auch gerade so rein, ne? Mhm. Den haben wir Unterflur gebaut, der war jetzt oben auf und drunter drauf, aber der passt unten drunter. Da geht halt gerade so, aber ja, drin trägt es im Innenraum nicht so sehr auf. Ja, ja. Und sieht nochmal ein bisschen sauberer aus. Sieht eher so aus, als wenn der Kasten da so genau auf dem Haas reingebaut ist, ne? Ja. Und dann kommt halt immer das Thema Sprit. Ja, richtig. Also sprittmäßig fahren wir vier Pumpen, die werden über die PMU gesteuert, gehen nacheinander an, je nach Leistung. Vier Schlückser? Ja. Also eine sitzt noch hinterher in der Stoßstange, als Innen-Tankpumpe. Also die sieht ja aus dem Tank raus, der Tank ist ja im Innenraum, deswegen haben auch so viel Platz. Da gibt es nicht die Pumpe in der Stoßstange. Könnte auch eine Anhängerkupplung sein. Ja. Und dann vier Bosch-Pumpen. Genau. Das ist so ein Punkt bei Spritpumpen, das war halt so die Zeit, wo man das noch so gebaut hat. Da, glaube ich, geht heutzutage, geht das viel, viel krasser. Ja. Und einfacher, ne? Na klar. Ich habe ja für Limo von Injector Dynamics von Paul diese Pumpe. Die ist wirklich kleiner als eine 0,44er. Ja. Und dann drückt Paul die in der Hand und sagt, die kann 2.000 bis. Krass. Wo du wirklich sagst, wie soll das funktionieren aus einer so einer Pumpe? Ja. Natürlich kostet so eine Pumpe dann auch 1.000 Euro. Aber brauchst du mir nicht erzählen, vier Pumpen. Naja. Plus, bis das alles so fertig ist mit Fitting und so, ne? Ist das ja auch für Elefans, ne? Und das sind dann Brushless-Pumpen. Genau. Brushless und halt der Controller dazu. Sieht wirklich aus wie aus einem 90er an so einer Endstufe. Mhm. Wirklich so zwei, drei Kilo, so ein Gerät. Und der schafft das halt wirklich, die so hoch zu pumpen. Also das ist richtig ein Wandler. Aus 12 Volt macht der, glaube ich, 18 oder 24 Volt. Und pumpt da halt richtig Phase rein. Und dann könnten die wohl wirklich 2.000 PS aus einer so einer Pumpe. Wahnsinn. Also Bosch-Pumpen waren halt immer so Dauerläufer, die haben immer funktioniert. Aber ich bin, bin gespannt. Ja klar, ich finde das sollte immer auch ein bisschen mit der Zeit gehen, ne? Also wie gesagt, wir haben das vor vier Jahren gebaut und dann nie wieder was verändert. Also muss man echt, das ist so, wie wir es damals gebaut haben immer noch. Aber geil, alles richtig schon blank gemacht, ne? Mhm. Weil hier ist ja überall keine Abdichtung mehr. Keine Abdichtung mehr, nichts mehr. Aber das kommen ja auch ein paar Kilo zusammen. Auch hier richtig schöne Gedanken gemacht mit Kabeldurchführung. Also hier oben sind das Batterie. Also da haben wir die Batterie verlängert, dass du im Prinzip von innen die Batterie laden kannst. Ja. Aber die Batterie eigentlich heruntergeührt. Ja, richtig. So und als nächstes gibt es nochmal einen kleinen, kleinen Unterboden-Upgrade hier. Ja. Hast dich heute auf einen guten Gedanken gebracht. Soll ich die Platten reinholen? Kann losgehen. Ne, weil der ist ja wirklich prädestiniert dafür, das Ding hier einmal so schön zu machen. Eine Sache kann ich auf jeden Fall jedem, der einen Unterboden bauen will. Eine Sache kann ich empfehlen. Das erste Problem ist, man fängt an zu bauen. Und wenn du wirklich eine ganze Platte bauen willst, kommst du irgendwann an das Problem, du weißt nicht mehr, wo die Bühne hinsetzen sollst. Ja. Also du musst halt irgendwie das Auto auf die Räder stellen, auf der Höhe. Dann kommt aber der Punkt, der ist fertig und muss das Auto irgendwie wieder runterholen. Ja. Das heißt, du musst dir im Vorfeld definitiv zwei Punkte überlegen, wo du eine Bühne hinsetzen kannst. Ja. Durch die Platte, durch, wie auch immer. Und dann haben wir einen Fehler gemacht, das werde ich noch upgraden. Wir haben die eine Platte bis hier gehen lassen. Das heißt, du kriegst die um die Räder rum nicht raus. Nach hinten. Ja. Der Film muss immer ein Rad abbauen, hochheben. Ja. Wie auch immer. Das heißt, ich würde einen Titanausbau auf dem Boden. Ich würde sie definitiv genau in der Mitte von den Rädern trennen, dass du die hinterher einfach rausziehen kannst. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall noch, da gibt es noch was zu holen, da hast du schon recht. Weil diese ganze Aerodynamik, das haben wir uns überhaupt nicht, also wie gesagt, ich habe mich auch nie richtig drangetragen, weil ich habe keine Referenz dazu. Also man weiß immer nicht so, wie verhält sich das, weißt du? Weil irgendeiner hat ja auch mal dieses Auto berechnet, ja, auch wenn es jetzt natürlich nicht für 336 berechnet wurde. Aber es hat ja mal einer berechnet. Und was passiert dann? Du machst jetzt hier was, machst jetzt da was? Aber derjenige hatte als erstes hier einen Tank? Ja. Und da eine Mulde? Genau. Richtig, ja. Und hier noch einen Auspuff drunter? Ja. Und das war ja schon alles, ne? Und die werden ja damals auch schon hier vorne einen Unterfahrschutz gehabt haben, oder? Haben sie. Ja, richtig, richtig. Der wurde hier vorne dann befestigt. Genau. Ja, das stimmt schon. Weil das Problem ist halt, wenn man erstmal einmal anfängt, wird das wie so eine Sucht. Ja. Aber dann siehst du auf einmal doch hier, dann fängst du alles noch abzutapen und so. Und irgendwann... Das ist wie im Gewicht, ne? Irgendwann rasselt man da komplett aus. Aber irgendwann steht das Ding dann auf der Bühne und du guckst von unten runter und denkst einfach, geil. Sieht einfach nur schäffig aus. Ja. Kardanwelle kann echt so original? Ja. Gar keine Probleme? Also wir haben unbeaut auf Gelenke, vorne und hinten. Das ist normal bei so einer Hardyscheibe. Genau, richtig. Da hast du ja diese Hardyscheiben. Aber, wie gesagt, also ich kenne auch Leute, die fahren auch viel, viel Leistung mit Hardyscheiben. Das geht eigentlich alles, wenn das keine, ja, keine geklebte Strecke und keine Loungekündelstatt sind, weil diese Schläge sind das Buche. Krass, der ist ja so gewuchtet hier, ne? Ja. Also so Angüsse dran zum Buchten, ja. Die Welle haben wir auch Buchten lassen. Also das ist auch, hier vorne mussten wir ja wie gesagt umspeisen wegen dem Gelenk. Und haben auch die Welle damals Buchten lassen bei ZF. Machen auch die wenigsten. Ich glaube auch nicht, dass ich es heute nochmal machen würde. Aber, ja, wir haben es damals Zeit gemacht. Die sind so auch nicht original, ne? Ne. Da sind Sturz-Verstellstreben, weil wir haben im Prinzip auch die Sturz und so weiter auf dem Fahrzeug verändert, weil wenn das halt einfedert, dass der wirklich die volle Reifenfläche nutzt. Nicht, dass es sich fährt wie auf Eiern und deswegen haben wir die Streben da rein gemacht. Haben wir tatsächlich auch das erste Mal auf dem Berufsstand hier festgemacht und haben direkt mal die Streben verbogen. Und jetzt hängt hier so eine leichte Welle drin. Genau, richtig. Richtig. Wenn man jetzt den Turbo-Lader gesehen hat, ne? Und jetzt hier so ein GT30, GT30 ist das? GTX30, ja. So was sieht? Da denkst du ja wirklich. Geht als Wasserpumpel. Aber das ist auch geil, einfach mal Platz gemacht für Ansage. Dezent. Ja, weil ich wollte halt auch bei dem Auto, also das Auto von meinen besten Freunden im Prinzip und ich wollte halt auch da, dass es halt auch sauber aussieht. Ja, es sieht sehr sauber aus alles, ja. Ja, und da muss man halt die einzige Möglichkeit, ich meine klar, das wird wahrscheinlich auch von einigen dafür gesteinigt, wie kann man nur da dran umher flexen. Das ist aber ein 5 mm dickes Blech, das hat ein Korseriebauer gemacht, das ist vollflächig verschweißt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen Stabilitätsverlust hat in dem Sinne. Und das war halt so die einzige Möglichkeit, weil das halt ein 2 Liter ist, weil du das Hochblock hast du halt wirklich nicht viel Platz, deinen Luftfilter annähernd vernünftig unterzubringen, ne? Zur Not kann man immer noch hinten einmal irgendwie so eine Drumschrebe rein oder so. Ja. Das heißt hier sind auch 500, 600 PS oder nicht? 600 PS, ja. Bei 2,6 bar. Bei so einem ganz normal 2 Liter 16 V, Gelex 30, 76, 102 Oktaren. 2,6 bar, 600 PS. Da sieht man mal krass, wie effizient wieder der R32 mit den großen Ladern drauf ist, ne? Wenn er da 2,7 bar, 1350 und hier halt gerade zwei Zylinder weniger, ne? Ja. 2 Liter 3 Liter. Ja, richtig. Aber das ist schon richtig cool. Also das Ding kommt bei 3200 Umdrehungen, hat das vollen Ladedruck bei 3.500 und ja, fast 700 Newtonmeter, ne? Das ist doch nicht schlecht. Werde halt mega auf der Straße Allrad umgebaut, also das Auto gibt es ja nicht als Allrad, haben wir komplett auf Formotion umgebaut. Auch komplett trockeneisgestrahlt, von unten, von oben lackiert. Einmal alles mit dem Auto ausgemacht, ne? Ja. Mein Innenraum muss noch ein bisschen was verkleidet werden, also das ist noch nicht hundertprozentig fertig. Aber so die Technik und so weiter, das funktioniert ja schon. Können wir auch mal hochheben, wenn du willst. Sieht wahrscheinlich noch besser aus, ne? Ah, da geht mein Herz auf, ne? Das dachte ich mir. Die gute Alu-Conda. Zugegeben, das habe ich mir auch von dir abgeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir damals drauf gekommen sind. Da war das auf jeden Fall noch, wann habe ich die gebaut? 2,15 oder so? Sowas in dem Dreh, ja. Und da war das doch so, da ging das so mit dem Alu-Schweißen gerade erst los. So, da war, weiß nicht, ein guter Industriemechaniker oder so, der konnte schon Alu-Schweißen, aber es war nicht so, dass an jeder Ecke ein Alu-Schweißgerät stand, ne? Ja, ja. So, ne? Und da haben wir irgendwie dann gesagt, komm mal, wir bauen mal so einen Alu-Auswurf. Ja. Wo man immer gedacht hätte, niemals funktioniert das und so weiter, ne? Ja. Ich habe jetzt tatsächlich ein Auto, wo es nicht funktioniert hat. Okay. Was war da? Beim X-Bow. Beim X-Bow ist es so, fährst du auf der Straße, gar keine Probleme. Jetzt muss man dazu sagen, da hast du ja nur diese Downpipe und dann kommt direkt der Alu-Auswurf. Straße gar keine Probleme, nur wenn du auf Rennstrecke Runde für Runde für Runde fährst, dann fällt der irgendwann einfach ab. Ach, das reicht einfach ab. Der 90 Grad Bogen ist immer so zusammengezogen und irgendwann war ab. Krass. Ja. Okay. Also ich habe zugegeben auch gar keine Probleme bis jetzt. Auch nicht bei Straßenautos, ne? Also auch bei dem hier, da kannst du wirklich auch mal 400 Kilometer, 500 Kilometer am Stück fahren. Alles cool. Echt so? Ihr fahrt richtig auf der Straße? Ja, ja, klar. Krass. Ja. Vor allem, weil ich finde ja auch das Alu ist schön leise. Ja, ist es auch. Das dämpft richtig schön. Und vor allem auch der Gewichtsunterschied, ne? Also wenn man da wirklich mal, auch wenn es jetzt ist, ne? Und vom Preis her, ne? Also ich sag mal, wenn du das Gewicht sparen willst, ist das immer noch die günstigste Variante mit, ne? Weil Ausruf brauchst du sowieso, ob der nur aus Alu oder Edelstahl ist. Geil. Und was muss man jetzt beim Corrado machen, um den auf Aira zu bauen? Muss im Prinzip vom Golf 2 Synchro das Heckblech rein, um Platz zu schaffen für das Differenzial. Dann vom Golf 3 Synchro die Hinterachse, die muss umgeschweißt werden, dass du die Aufnahmen hast hier für das Differenzial, ne? Diese Platte und so weiter. Kaderwelle kann man vom TT hinnehmen und das war's eigentlich schon. Das heißt, dieses Blech ist das hier original oder das ist schon? Das ist schon das Geschweiß. Das ist noch original und hier hinten ist das Geschweiß. Also im Prinzip der Satz hat. Der Teil hier ist komplett. Genau, richtig. Da hatten wir damals wirklich noch Glück. Wir haben noch ein unzerschnittenes, originales Blech bekommen und das dann im Prinzip vom Carouseriebauer einschweißen darf. Das heißt aber, das passt an Plug & Play? Ja. Also muss man natürlich noch ein bisschen anpassen, aber es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie halbieren muss und da was zwischensetzen muss oder so. Das passt wirklich bei mir. Und das war damals halt, ich hatte ja mit dem 1.8T, das war ja, wo ich angefangen habe, mit halber Meile. Der Frontantrieb, du bist halt am Ende irgendwann. Ich meine, klar gibt es immer Möglichkeiten, das noch zu modifizieren und da war dann der Gedanke gleich, okay, bauen wir auf Eilrad um. Wobei es für Viertelmeile nach wie vor so ist. Als ich dann doch mal aus dem zweiten Gang einstehen lassen habe, reden wir am Ende von der 12.6 oder 12.8 oder so. Da fährst du ja nicht mehr heute auf Viertelmeile bei mir los, ne? Dafür, dass du dann da stehst und bist 150 durchdrehend, desto mehr als durchdrehen lassen kannst du ja auch bei ihm. Ja, genau. Aber es tut sich halt wirklich gar nichts an der Zeit, weil es fehlt so dieses Anwuppen aus den ersten Metern. Es ist einfach gar nicht da, ne? Ja, richtig. Und auf die ersten Meter, sag ich mal, kommt es ja an. Das ist ja da entscheidend. Aber man muss schon Bock machen, so Dinge eigentlich, ne? Ja. Weil es ja auch schön leicht ist, ne? Also wir können ja auch mal wiegen. Also ich weiß jetzt nicht, aber das ist nicht viel mehr wie eine Tonne. Ja, ne? Echt? Meinst du echt nicht? Also 1.1 vielleicht? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Mit Allrad und so. Also ich hätte hier eher so 12.50 gesagt. Na, lass mal testen. Ich bin mal gespannt. Ich bin mir sogar fast nicht sicher, ob der Vierer nicht leichter ist. Na, das wäre krass. So, ne? Weil ist ja schon hier richtig überall was drauf. Ne, ne, ne. Ich merke schon, wären wir ja zwei Stunden hier heute, ne? Ja, also die Motoren lecker. Genau, richtig. Also hier ist die Motormontage im Endeffekt. Das ist so ein Klassiker R32 Turbo 1000 PS. Schon mit der Böck Versteigungsplatte noch der einfachen Version. Also sprich, wo die Lagerböcke, die originalen noch als solches erhalten bleiben. Ja, kommt auch ein Kunde auf Biturbo. Will 1000 PS mit Biturbo haben. Waren wir mal gespannt, wie das so funktioniert. Ab wie viel PS brauchen wir die Platte? Also so ab 850 machen wir es eigentlich immer rein. Aber ist es wirklich definitiv so, dass es mit Platte besser hält? Ja. Ist die Erfahrung definitiv da? Du hast beim R32 oder beim VR, sag ich mal, zumindest beim R32 immer das Problem, dass diese Lagerböcke, die hier vorzentriert sind, die haben eine gewisse Vorspannung, dass die halt ausschlagen. Die Kurbelwelle will ja beim VR-Motor nicht nur nach unten raus, sondern die will ja auch nach der Seite. Und zum Beispiel RS4-Motor sind die Lagerböcke nochmal oder bei allen V-Motoren nochmal von der Seite verschrauben. Aus dem Grund, weil diese Kräfte nach der Seite auch oder die seitlichen Kräfte abgefangen werden müssen. Und durch diese Platte fängst du halt diese seitlichen Kräfte ab, weil das halt wie so eine Käfigwirkung ist. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir das auch komplett planen, also sprich, dass der Anpressdruck von jeder Schraube auch der gleiche ist. Also nicht einfach draufschrauben und fertig und dichtmaßen dazwischen, sondern die Hauptlagerböcke werden geplant, dass die alle dasselbe Höhenmaß haben, die Unterseite auch im Prinzip geplant und dann wird die Platte verschraubt. Dass du wirklich auch die Anpressdrücke überall dieselben hast und dementsprechend die Lagerspiele auch Ja, das stimmt. Aber ich muss echt sagen, also wir messen alles nach, bei jedem Motor, also jedes Lagerspiel, das wird alles zusammengebaut, nachgemessen und dann ist eingebaut. Wir hatten noch nie einen Lagerschaden, auch bei keinem Kundenmotor. Also es ist wirklich, wenn du manchmal siehst, ja Lagerschaden, Deulager und so, das hatten wir nie. Ja, ist auch so. Also hatte ich auch wirklich. Ja, wenn du das alles halt einmessst und nachmessst und auch, oder auch Wuchten. Hier wird jeder Motor gewuchtet. Das ist einfach so. Manche sagen, ach hier, egal, das hält auch ohne Wuchten. Klar hält es ohne Wuchten, aber du hast ja trotzdem eine gewisse Unwucht drin. Und Unwucht ist immer eine Kraft und eine Kraft, die du da nicht haben willst. Und deswegen. Ich habe ein Jahr lang oder zwei Jahre lang mit Björn diskutiert, weil ich unbedingt Kupferringe in die Kopfdichtung oben haben wollte. in die Fläche. Haben wir auch. Nein, geht nicht, funktioniert nicht, mach das nicht, wir machen alles mit kaputt und so weiter. Und dann war es halt aber irgendwann so, dass es halt einfach notwendig war, weil egal, welche Dichtung, welche Bolzen und so weiter. Und dann, das war wirklich harte Arbeit, ihm dazu zu überzeugen. Ja. Aber macht heute fast jeder. Funktioniert. Die Schrauben sind jetzt einfach nur wegen Lichtmasse. Genau, richtig. Die sind nur zum Heften drin. Genau. Jetzt kommen wir als nächstes an die Ölwanne drauf. Aber sieht schön hochwertig aus. Auch von der Oberfläche. Ja. Und sind die kleinen Böcke dann jetzt gerade mit der Platte hier, das ist ein Teil komplett, ne? Ne. Oder sind das hier zwei Teile? Doch, das sind also diese, also du hast hier noch so ein bisschen die Kontur von dem Lagerbock an der Platte mit angefräst. Und dann kommt aber der originale Gussbock, ne? Genau. Und wie kriegt man das so genau hin, dass man jetzt genau weiß, dass die so plan auf die Böcken aufliegt? Muss man die auch bearbeiten oder geht das so? Ja, machen wir. Also wir spannen die Böcke in die CNC-Maschine ein und dann überfräsen wir die einmal. Wir messen uns das alles raus, dann überfräsen wir die einmal und dann nehmen wir noch solche geärten Anlaufscheiben oder Zwischenscheiben und legen die unter. Weil du sonst, weil du ja Material abträgst, weißt du? Weil man sieht hier jetzt, also ich meine jetzt gerade diesen Anguss, der ja noch auf den originalen Lagerbock drückt. Genau. Das muss natürlich alles die perfekte Höhe haben, ne? Ja, genau. Richtig. Auch dass du halt wirklich überall bei jeder Verschraubung den gleichen Anpassdruck hast und dementsprechend dasselbe Lagerspiel hast. Weil da geht schon ein paar Stunden rein, bis der Block so ist, wie er jetzt hier ist, ne? Ja, richtig. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Also es ist ja wirklich filigrane Arbeit. Aber ich sag mal, du kriegst es ja hinterher auch bedankt, ne? Also wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und das alles schon filigran machst und dir lieber nochmal einmal mehr misst wie einmal zu wenig und nochmal das überprüft, ja auch die Freigängigkeit und so weiter. Wir müssen auch manchmal an den Platten ein bisschen was bearbeiten, dass die Freigängigkeit komplett gewährleistet ist. Ja, wenn du es halt nicht überprüft, ne? Und dann kracht es. Ja, ja. Und dann ärgst du dich wegen 5,5 Stunden mehr Arbeit. Und BMW macht er auch, oder was? Ja, das ist für den Fenecep, aus Österreich. Ja, ja. Der Josef. Genau. Der Josef. BMW F80 Motor S55. Den haben wir einmal gebuchst. Das ist ja normalerweise ein kompletter Alu-Block. Und ja, der kriegt auch mächtig Bombs. Buchsen war auch Björn Lieblingsthema immer. Ja. Er hat auch Björn alles so in Auftrag gegeben, gedreht und gemacht und getan. Und ja, nach seinen eigenen Vorstellungen und ja. Das heißt für seinen M3 einmal All-In jetzt auch. Genau. Richtig. Also mit dem letzten Motor waren wir bei 1.270 PS. Und ja, Motor läuft ja noch. Alles cool. Alles gut. Aber ja, lieber vorsorgen als wie dann hinterher. Und das war eins der Autos in den letzten Jahren, was ich brutal unterschätzt habe und was mich tierisch überzeugt hat. Also wie das Ding gefahren ist und auch wie der auf den Prüfstand abgeliefert hat. 1.270 PS. Und dann auch wirklich so, du fährst mit dem auf dem Flugplatz, denkst dir so, boah, 1.200 PS mit dem Heckantrieb und so. Geht, ne? Das wird jetzt krass irgendwie so. Ja. Fährst rum, bumm, gleich, ich glaube 3.900, 200. Ja, na, na. Wunderschön, wirklich. Ja. Zwei Leuten da drin war wirklich krass. Ja. Das ist schon geil, ja. Und auch wirklich mit so einer Leichtfüßigkeit alles, ne? Als wenn es vollkommen normal ist. Ist richtig. Das heißt, er will leistungsmäßig auch nochmal nachlegen oder einfach nur, dass es safe ist? Erstmal nur, dass es safe ist. Okay. Es war noch nicht kaputt gegangen der Motor, aber wie gesagt, der ist auch ein bisschen so der vorsichtigerer Typ. Gell? Und lieber ein bisschen was vorsorglich gemacht, als wie dann hinterher. Gell? Einmal zwiegespaltenes Ding. Ich dachte schon, ich wollte den in den E46 reinbunden. Ne, ne. Auch R32 Kundenmotor kriegt 800 PS mit DSG. Ist ja auch immer mehr im Kommen jetzt. Ja. Die ganze DSG-Geschichte und so weiter. Ja. Dann mit EMU oder magst du nichts mehr? Mit EMU. Mit EMU. Ja. Kriegt nur das DECO 250. Man muss einfach immer da umdrehen. Ja. Aber sieht schon wieder brutal klein aus. Ist auch so, ja. Also von der Leistungsausbeule ist nicht wenig, ist ein G35, 1050. Aber die sind halt so klein geworden. Ich meine, dass die Lada natürlich keine 1050 PS machen, das wissen wir alle. Aber trotzdem sag ich mal, für das was sie machen, sind die extrem klein. Wo ist die Abgasgröße schon? Ja. Ja. T4 Twin-Score, genau. Das sieht schon. Das ist schon gute. Finde ich. Ne Krümmel auch schon. Ja. Und lass man auch sagen, du bist so ausgebaut, ist so ein R32 Motor schon ein ganz schöner Klotz, ne? Ja. Ist halt richtig aggressiv, ne? Wenn ich den jetzt so drauf hängen sehe, würde ich auch behaupten, ist gefühlt der VR auch irgendwie, der Kopf ist schmaler bei VR, ne? Richtig. Du hast ja weniger Verdien im Endeffekt und alles ein bisschen schmaler, ja. Ist halt ein riesiger Eisenklotz, ne? Wenn man so einen kompletten Motor macht, was muss man bei VW alles neu kaufen? Also welche Originalteile brauchen wir da? Also ich kaufe grundsätzlich alle Ketten, alle Spanner, Schrauben, alles Original VW, gell? Auch Ölpumpe und so weiter und Kopfdichtung auch im Original. Ja, schon alles ist so ein Motor, wo man schon vieles Original kauft. Ja, ja. Also ich hab grundsätzlich, also wir verbauen noch Zubehörteile, klar, aber bei den Originalen hast du eigentlich immer die gleiche Qualität, ne? Das ist zum Beispiel auch bei den Ventilen. Wir haben eben diese TRW-Ventile genommen. Also die Qualität ist komplett in den Keller gegangen, also du kannst nicht mehr einbauen, Deswegen jetzt Ventile auch im Original VW kosten natürlich wesentlich mehr, aber die Ventile sind von der Qualität her einfach viel viel besser. Was kostet Ventile? Ich glaube um die 30 Euro eins bei VW. Und da irgendwie so Supertec oder so zu nehmen? Haben wir nie genommen ehrlich gesagt. Wir haben immer originale Ventile genommen. Also das hat auch immer bis jetzt gehalten. Das hat immer funktioniert, ne? Ja, ja. Da würde ich auch keinen anderen nehmen. Also das war wirklich, na. Und das ist der BMW-Kopf? Das ist der BMW-Kopf, genau. Ich weiß nicht, wie lang das Ding ist, ne? Da sieht man mal wie kurz dann doch ein R32 gegenüber. Weil, stell' mir vor, so einen Motor würde es halt quer in so einen Golf vorne bauen, das funktioniert nicht mehr. Ich finde es trotzdem krass, wie breit so ein Kopf ist. Von den Dingern. Definitiv, ja. Und von der Breite her ist es ja schon breit wie ein R32-Kopf. Ja, klar. S55 ist halt auch ein Motor, der komplett underrated ist, ne? Ja. Komplett. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die BMW-Jungs bedingt dadurch, dass es halt fast immer Heckantrieb-Autos sind, gar nicht so geil auf diesen Geschleunigungsremse sind. Ne, ne. Halbe Meile, sag ich mal, fahren sie noch, aber so eine Viertelmeile halt gar nicht. Weil, wenn man da, wenn man das Ding, stell' mir vor, auf so'n Ding schmeißt du mal so'n Lader wie von dir drauf, so mit so'n richtigen Krümmer, ne? Und auch mal mit einer richtigen Ansatzbrücke. Weil, boah, glaube ich auch, dass man da richtig, ja. Da kannst du richtig Mäler machen, ne? Das ist so, ja. Aber wie gesagt, das Problem ist halt bei BMW, du hast halt kein Allrad-System, ne? Was du jetzt halt wirklich richtig stabil bist und was halt, ja. Und deswegen ist halt, ja. Die VW hat halt einfach so weg gewesen. Das hier war dein alter Lader, ne? Genau, richtig. Das war ein GTX 45, abgegradet. Und mit dem sind wir 330,9 gefahren. Dann haben wir ihn rausgeschmissen, weil wir erst dachten, der Lader wäre am Ende. Aber nach den neuesten Erkenntnissen war es dann doch nicht der Lader, sondern die Auslastnockenwelle. Was ich auch richtig krass fand, ist die alte Nockenwelle, die Auslastnockenwelle. Und du siehst hier, wenn du hier mal so drüber guckst, gegen das Licht, diese Einschläge. Klar, man, ja. Und das war definitiv Gegendruck. Wir hatten auch dann bei dem letzten Lauf das Problem, dass ganz leicht die Zylinderkopfdichtung gekommen ist. Ganz, ganz leicht. War hier schon so richtig zur Seite weggedrückt, ne? Ja. Und das war einfach deswegen, weil der Gegendruck so groß war, dass die Feder nicht mehr geschafft hat, das von denen zuzuziehen, wenn der Gegendruck die Feder aufgedrückt hat. Meinst du, der Gegendruck kam aber in dem Fall durch den Auspuff? Oder der Gegendruck kam durch Abgasgehäuse, Krümmer, irgendwas? Das kann man jetzt schlecht sagen, aber ich denke tatsächlich Auspuff. Weil wir haben den 50er Lader drauf gemacht und das wurde nicht gleich viel schneller. Also du hast im Endeffekt ein paar kmh mehr gemacht, aber nicht so für den Druck einfach zu wenig. Und deswegen denke ich, dass der Gegendruck eher durch den Auspuff kam. Aber da ich halt wirklich immer den Auspuff nach hinten rauslassen wollte, habe ich es dann halt auch nicht gleich auf den Auspuff geschoben, sondern erst mal auf den Abgasgehäuse. Es hätte auch nie einer gedacht, dass dieser Lader so viel leistet, ne? Ja. Der war ja direkt seit der ersten Minute drauf. Das sollte einfach mal rein. Das ist ja auch krasse Dinge halt, ne? Wenn man sich überlegt, wo das mittlerweile dringegangen ist, ne? Ja, vor allem auch, was du da für Drücke fährst, ne? Mittlerweile halt auch, ne? Früher hat man da mal zwei Bar gefahren und das war heute und heute fährt man schon. Heute ist unter drei und du brauchst keine Anzeige mehr, ne? Ja, genau. Ja, aber richtig schön sauber hier alles. Wie sich das gehört. Schleißig, schleißig. Wann will Sepp hier, wann soll der Motor fertig sein? Ach, der macht eigentlich keinen Zeitstress, aber das ist jetzt nicht eilig. Das ist jetzt nicht eilig, aber wir wollen schon den nächsten Monat oder was, dass da fertig wird. Ja, da hinten geradeaus durch haben wir noch einen schönen RS4. Da können wir noch nicht allzu viel verraten. Nur noch ein bisschen geheim halten. Okay. Gehört Raffi das Auto. Genau, richtig. Wir können mal einfach ganz kurz nur einmal die Haube aufmachen und reingucken. Aber das muss ich auch nicht vermeiden, weil da haben wir ein paar Sachen mit vor. Aber RS4 B8. Da war mal... Oh, ich tue nicht so hoch, ne? Ja. Das ist wirklich schwer. Also da war mal ein V8-Sauger drin. Im Netz ist hier kein V8-Sauger mehr drin. Huch? Sondern wir haben sich irgendwie zwei Topolader reingeschummelt. Da hat Raffi wieder was Schönes gebaut. Ja. Aber die Haube, die... Entschuldigung, er hat 30 Kilo oder so. Die ist sehr schwer. Ja. Ist eigentlich ein besonderes Auto, ne? Ja, ja, da kommt auf jeden Fall. Könnt euch noch was freuen hier. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, ja. Ich würde sagen, warte mal, jetzt hol mal die Wagen mal. Ja. So, jetzt sind wir ja im Rennen. Ich musste gerade tatsächlich nach drei Jahren das erste Mal die Batterien tauschen. Jetzt weiß ich auch, warum die so ab und an mal so ein bisschen rumgestresst haben. Also wenn ihr auch diese Wagen habt und die Bluetooth nicht so schnell connecten untereinander, dann tauscht mal die Batterien. Weil die Batterien werden da drin wahrscheinlich auch, wer weiß, schon wie viele Jahre im Lager gelegen haben. Jetzt sind wir wieder da. Okay, holen, fang rein. Goado, anfangen. Ja, okay. Left rear. Ich lasse ihn noch ein bisschen ab. So, Bretten abgeben vorher. Weil ich bleib dabei. Also ich sag eher so mit Käfig an allem. Ich bin eher bei einer 12.50 bis 13.00. Ich hab vorhin gesagt 11.00 bis 12.00. Ja, das war noch falsch. Jetzt am Ende 990. Na los, gucken wir mal. Immerhin. War gar nicht so schlecht. 1.181. Ja, okay. Tank eher leer, voll? Drei Viertel voll. Drei Viertel voll. Also eigentlich eine ehrliche 11.50 leer. Wäre leicht, ne? Ja. Packst du jetzt noch ein VR rein, bist du wahrscheinlich irgendwie bei 12.50, 12.30 so an dem Dreh. Wäre es ein Sauger, ja okay, Sauger als Frontantrieb wäre sofort eine Tonne, ne? Ja. Na gut, obwohl, ja. Das Allrad, wenn das Allrad nicht weg, wenn das Allrad noch weglässt und so weiter. Ja, schon, ne? Ich denke tatsächlich, Allrad macht auch viel aus. 11.81. Aber kommt dann doch ganz gut hin, OMA Golf 11.33 plus Allrad, bist du so da bei dem. Ja. Gut. Ja, okay. Wir starten mit 11.80, jetzt gucken wir ja mal einen Vierer. So, und was schätzt du? Also ich schätze, dass wir so, ja so 1270, 1290, 1300 vielleicht, so in der Dreh auf jeden Fall. Ja, was hast du? Ich hätte schwerer gesagt. Ich überlege Vierer, R32, fette Räder. Kleiner Turbolader. 70 Kilo Turbolader gefühlt. Sind ja schon ein bisschen, ne? Ne, ich hätte eher so in Richtung 13.50 so. Andererseits die Türen, Makrolon und so. Lass runter, komm mal, wir gucken's an. Ich muss leider hier im Stecker bleiben mit 2% Akku, ich seh sonst gleich noch Game Over. Oh, hast du gar nicht schlecht getippt. 1.286. Krass. 87. Guck mal, Alter, wie, als wenn du es vorne auf Maß gestellt hättest. Genau gleich vorne, links, rechts. Okay, jetzt kommt ein Fahrrad da noch ein. 1.287. Ich würde sagen, da bist du wahrscheinlich fast auch weltweit der leichteste Golf 4 mit, ne? Kann sein. Wenn ich mir überlege, jetzt 100 Kilo mehr als den Corrado. Nur Turbolader und R32 Motor sind ja schon in 100 Kilo. Ja. Mal, okay, der Rest ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich, ne? Käfig vor Motion. Okay, kleinere Bremse ein bisschen, kleinere Felgen. Geil. Aber wir können auf jeden Fall sagen, mehr PS als Kilo. Ja, richtig. Ziel erreicht. Nein. Ja, früher wären wir jetzt mit dem Auto irgendwo hingefahren, hätten irgendwelche Dönigens gemacht. Das geht leider heutzutage nicht mehr. Ja. Aber trotzdem danke, dass ihr dir Zeit genommen habt. Ich hab zu danken. Einmal ein bisschen R32 Technik, wird bestimmt noch nicht das letzte Mal sein. Weil irgendwas, wobei ich wollte gerade sagen, irgendwas geht immer kaputt. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so, das funktioniert einfach. Ja. Das funktioniert. Aber diese Saison ist jetzt erstmal vorbei? Ja. Richtig. Und das heißt aber, über den Winter schon ein paar Ideen, ein paar Sachen, wo du auf jeden Fall noch machen willst. Ja. Hab ja heute mal Anreize bekommen. Nächstes Mal, wenn wir hier sind, kommt, steht hier so ein Ding raus. So eine Theke. Und dann geht's weiter. Ja, aber klar. Wir werden wieder ein bisschen was schrauben im Winter, dass es noch ein bisschen schneller wird. Und dass wir da auch ein bisschen Steigerungen drin haben. Klar. Die anderen schlafen ja auch nicht. Ja. Ja. Aber dein Ziel wird wahrscheinlich auf jeden Fall sein Richtung 3,40. Genau. 3,40 fallen wir erstmal an. Und dann wollen wir auch mal was Neues bauen jetzt in Zukunft. Also wir machen ja auch sehr viele neue Autos, gerade auch mit Digi-Tune in Zusammenarbeit. Und da werden wir dann mal, wir haben noch einen Golf 7 und der soll auch noch bisschen Leistung bekommen und schnell werden. Geil. Wie fährt so ein 4er Golf bei 3,40? Das werden sich Zuschauer fragen. Ganz ehrlich, eigentlich relativ entspannt. Mhm. Also ich sag mal so, Viertelmeile ist interessant. Also der Weg zur Viertelmeile, weil es halt doch stark durchdreht fürs Torraum korrigieren. Aber so dann oben raus und so weiter geht es eigentlich. Ist wirklich so. Und ich finde halt beim Lauf, also bei diesen 14,8 Sekunden waren es das beim letzten Mal. Ja. Ja. Ist so. Richtig. Auch wie schnell du jetzt im Endeffekt warst. Also man hat das einfach, ich habe, das merke ich erst sag ich mal, wenn ich kurz vorm Ziel bin und sehe ungefähr den Schalt, also die Balken dreht zahlmäßig, gell. Und weiß in welchem Gang ich bin und sehe das Ziel. Und dann weiß ich okay, alles klar, wenn es schon aufleuchtet, dann weiß ich schon jetzt war schnell. Aber ansonsten hast du auch gar nicht so, ob das jetzt 3,30 waren oder 3,20 waren. Das merkst du sogar nicht. Merkst du gar nicht. Vorhin schreit alles an der Kiste, alles ist laut. Das ist ja auch immer krass. Das war auch so eine Umgewöhnung sag ich mal, wo wir das erste Mal gefahren sind. Wo ich das erste Mal mit gefahren bin, habe ich auch gedacht, da musst du halt einfach Kopf ausschalten und draufhalten. Diese Klinge, das ist einfach, hat nichts mit normalem Autofahren zu tun, ne. Das ist halt schon krass. Geil. Ne, aber das ist auf jeden Fall war heute mal wieder genau das Tuning, wo wir eigentlich so herkommen. Was wir die letzten 10 Jahre gemacht haben. Uns wird das natürlich freuen, wenn es haufenweise Leute mit dem Nagel in den Kopf gibt, die auch so eine Scheiße bauen. Noch gibt es genug Veranstaltungen auf jeden Fall. Ja. Noch kann man schon noch in Deutschland mit diesen Autos auf Events ein bisschen ballern. Richtig. Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieben wir uns für heute. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.